Schatz, ich gebe dir 100 Euro, wenn du das richtig errätst, okay? Ja, ich brauche einmal deinen Stift dafür. Okay. Danke. Und mach mal einmal deine Haare weg. Ich schreibe dir was auf die Stirn. Na, Schatz, muss das sein? Und wenn du das richtig errätst, bekommst du 100 Euro, okay? Das ist ja easy, oder? Ja. Weißt du schon? Ja, ja. Ja. Ich weiß. Echt jetzt? Was, Schatz? Ich weiß. Darf ich sagen? Ja. Ich bekomme einen Ring. Nein.